Die Aktion hat begonnen vor circa zwei Wochen. Wir haben über Twitter und Facebook aufgerufen, kreative Motivvorschläge einzusenden. Die Künstler, das sind Wurstbande, Gogo Plata und Royal Sea, haben dann sofort im Studio kurze Skizzen von den Vorschlägen gemacht und die auch als Sofortbelohnung dann zurückgeschickt an die Einsender. Und aus den gesamten Einsendungen haben wir die besten 24 Motive ausgewählt und die werden heute hier live an die Wand aufgebracht. Ich denke, wir sind sehr glücklich mit dem Wetter, definitiv. Ich habe mich auf die zwei Tage gefühlt, aber heute ist wirklich schön. Die Musik ist schön. Ich habe meine ganze das ist ziemlich lustig, denn sie sehen wie Mini-Ans oder so. Ich bin zu Besuch hier in Berlin und ich nutze es einfach und genieße hier die Atmosphäre. Und es ist einfach schön anzusehen, wie aus einem kralen Platz ein bisschen was entsteht. Ich weiß, dass heute nicht nur die Musik ist, sondern auch die Kultur, die Graffiti und die Paints und alles zusammenkommen. Also, ich möchte meine Hände ein bisschen dirty sein. Also, wir werden sehen, was wir können zusammenfassen können. So, wir können zusammenfassen. Gericht uns gut plan ich für deine bleiben. So, ich möchte mich ganz nett, dass du, zuerst spät. So, wir nehmen. So, ich sehe, mich daran dass du mit zwei Menschen du we VCRE das makes, und es ist egal, dass du sie einen absoluten באi Sitoro optimization, So, wenn es von mir ist ja souerde, wenn wir mit mir an die Spaß machen können, können wir coisen? Ich geschickt vom Vierfiveinkommen. Das ist das Spiel zu spätstывать. Bis zum nächsten Mal.